So, jetzt geht es wieder ganz zurück an den Alptraum. Und mein Alptraum begann. Klar, klar. Ich mache mich schon auf den Weg. Keine Sorge. Bevor ich da allerdings hingehe, muss ich hier noch. Viel besser. Oh, halt. Naja, okay. Wenn er mich nicht angreifen will, bitteschön. Ich meine, er hätte mich jetzt locker mit seinem missgebildeten, explodierenden Arm ziemlich übel zurichten können. Aber naja, wollte ich ja nicht. Kaum war ich hier eine Zeit lang schon da nicht mehr, weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich hin muss. Wo was war. Ich höre Stimmen überall. Und Dinge. Da läuft doch, oh Gott, da läuft doch schon einer. Hier war ich dann allerdings doch noch nicht. Und ich glaube, ich will hier auch gar nicht sein. Aber leider bin ich hier. Aber leider bin ich hier. weg. Da drüben ist noch ein explodierender. Alles cool. Alles in Ordnung. Ganz ruhig, Isaac. Du kannst das. Du hast das jetzt schon tausend Mal gemacht. Das ist nichts Neues mehr für dich. Geht einfach ganz langsam nach vorne. Ganz langsam. Oder rennen. Rennen ist gut. Rennen. Rennen um dein Leben. Jemand war schon mal hier in den Schrank geöffnet. Was war das? Was war das? Ah. Eine Farbdose, die ich umgekickt habe. Okay, okay. Da soll der Marker drin sein? Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob das soll jetzt lieber hierher zu kommen. Naja. Sehr gut. Mehr Plasma-Energie. Was habt ihr denn in meiner Schrecke? Flammen der Vermutition. Will doch keiner sehen. Oder haben. Nee, nee, nee. Noch mehr Schränke. Okay. Und sind hier noch im Waden. Keine Wunder drüber. Gut, gut. Okay, okay. Ja, wir wollen den Marker. Das ist also die Wurzel einügelst. Oh nein. Nein, 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 nein. Nichts von wieder. Ja, ich habe mich schon an, ich habe mich schon an, ich habe mich schon an. Was vor euch lebt denn überhaupt noch? Das war jetzt ein bisschen schwer einzuschützen. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott. Aua. Ah, du gibst ja immer noch. Alles okay. Alles cool. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh Gott. Nein, das sind Tentakel. Warum sind das immer Tentakel? Na, da kommen wir raus. Kommen wir raus. Tja. Es hält sich nicht aus, an der Karte zu sein. Nur sicher gehen. Nur sicher gehen, dass nichts kommt. Alles gut. Was ist los? Noch ein Tentakel. Halt. Na, wenn du draufhauen möchtest. Wieso? Was schreit denn dann noch? Ich sehe keinen anderen mehr. Ja, komm. Hau irgendwo drauf. Gut. Das dürfte reichen. Ich höre zwar überhaupt nichts mehr und ich bin ziemlich taub jetzt, aber hat doch funktioniert. Was ist das? Aha. Weckt mich. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die scheiß Tür auf. Gott, diese Hydraulik hier. Das drückt mich irgendwann nochmal um. Ich bin ziemlich sicher, dass es mich irgendwann umbringen wird. Ich könnte es auch schießen. Ich meine, ich bin Ingenieur. Ich kann es auch. Nee, nee, nee. Nach wie vor bleibt immer noch alles an mir hängen. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob man das Karma nennen soll. Aber ich bin der Einzige, der hier was vernünftig unternimmt. Niemand anderes sonst. Das ist nur ich. Und diese Bestien. Und diese Nebenartisten, die mal dann sagen, hey, tu doch dies oder tu doch das. So, mehr Energie für mein Stazo-Modul. Damit kann ich es wenigstens noch ein paar Mal benutzen, bevor ich hier drauf gehe. Sehr gut. Hör mit dir auf Zug. So kommen wir wieder zurück. Besser als Twinkle Twinkle Little Star kann ich seh. Okay. Ich mein ja nur. Das Tick macht einen irgendwann nochmal wahnsinnig. Einfach nur wahnsinnig. Was ist hier drin? Noch mehr Toiletten, hm? Das soll mich jetzt nicht davon abhalten, die Toiletten auszurauben. Nein, nein. Nein, nein. Ich raub sie aus. Ist mir egal, was ihr wollt. Ich raub es aus. Na, komm. Ja. Ich erinnere mich. Ich hatte alles angefangen. Alles hat hier angefangen. Nur diese Kiste, dann bin ich da. Das hätte ich sonst gesehen. Ich werde wohl keine Antwort finden. Es sei denn, ich gehe hier raus und gucke sie mir an. Nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ja, aber jetzt kommt eigentlich die Fähre mir an. Das ist ja. Das waren meine Freunde. Nur gut, das war jetzt hier. Bisschen zu viel Blindes rumgefeuert. Aber es ist doch okay. Alles cool. Das waren meine Freunde, die ihr auf dem Gewissen habt. Verdammt nochmal. Würde mich nicht wundern, wenn ich gerade Joe hier umgebracht habe. Würde mich echt nicht mehr wundern. Da ragt ein Knochen raus, Kumpel. Solltest du vielleicht mal checken lassen. Mach das. Sehr schön. Ich bringe die Shuttle down, Dalton. Die Automated Loading Controls aren't responding. You'll have to shut down gravity in the Hangar Bay. And then manually bring the marker directly beneath the Shuttle. Toll. Sehr. Erfreulich. Macht die Tür auf einer. Machen sie die Tür auf? Oder solle ich Kenra fragen? Hm. Ach. Geht doch. Also Schleckkraft aussteigen sollte noch das kleinste Problem sein. Das kriege ich glaube ich noch gut auf die Reihe hier so rumzutouren. Ich muss also dahin den Marker bringen. Warum nicht? Schön wie die Dinger am fliegen sind. Ich bin begeistert. Da ist doch schon wieder irgendwas. Warum kann man mich nicht einmal meine Arbeit machen lassen, ohne mich zu stören? Wieso? Und mal wieder... Das Schönste am gesamten Job von mir. Ich sehe es sowieso wieder nicht. Ich sehe die Viecher nicht mal. Aber ihr... Aber es ist euch egal. Ihr wollt mich ja nur tot sehen, ne? Ihr verdammten kleinen Viecher. Das klingt nach diesen... Babydingern. Das ist nicht gut. Das ist gut. Was zum... Ah, an der Seite ja. Ja, heizt du wohl gerne, ne? Komm. Zeig dich von deiner besten Seite, ne? Ja. Also noch zwei. Ah. Komm. Du auch, ne? Wo bist du überhaupt? Ach, da bist du. Mein kleiner Freund. Los. Gut so. Sehr gut so. Gut so. Vielen Dank.